Hallo liebe Zuschauer, Modeln ist für mich mehr als nur ein Job, es ist eine Leidenschaft. Dieser Clip zeigt ein paar meiner Best of von 2009. Das ist eine Leidenschaft. Das ist eine Leidenschaft. Das ist eine Leidenschaft. Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Privat laufe ich einfach mit offenen, glatten Haaren oder einem Pferdeschwanz rum. Ich bin da nicht so begabt, mir aufwendige Hochsteckfrisuren zu machen oder irgendwelche Locken reinzuzaubern. Bei Modeln liebe ich es jedoch, von einer Visagistin zurechtgemacht und verändert zu werden. Es ist teilweise unglaublich, was man mit Styling und gekonntem Make-up erreichen kann. Allerdings gibt es auch viele Aufträge, wo ein natürliches Make-up gewünscht ist. Dann mache ich mich selbst zurecht oder werde dezent geschminkt. Diese Bilder hier zeigen mich bei einem Hoteljob in Wesel. Das Haus war unheimlich schön, das Ambient hat mir gut gefallen. Auch mit meinem männlichen Co-Model habe ich mich super verstanden. Am Meer zu modeln ist natürlich am schönsten. Hier bin ich in Bodrum in der Ost-Türkei im Rixox Hotel zu sehen. Bis zum nächsten Mal. Und hier noch ein paar Eindrücke von Hurghada. So, das war's für heute. Bilder von 2010 gibt es dann beim nächsten Mal bei Ellie Schieber TV zu sehen. Machen Sie es gut und genießen Sie den Frühling. Und mehr Infos über mich finden Sie auf meiner Homepage. Tschüss.